It's your boy, eSportal! Heute Abend ab 18 Uhr gibt es einen Sonderstream. Sperling ist auch mit dabei, wir werden eSportal spielen. Minimum 5 Spiele, vielleicht auch ein sechstes Mal gucken. Es geht dabei um normale eSportal Matchmakings. Wir haben dann jedes Mal 3 Plätze frei. Die werden wir dann einfach auslosen in unseren Streams, wer halt mitmacht und so weiter. Also 18 Uhr ist Start hier. Wer sich mit eSportal nicht auskennt, lest euch bitte noch geschwind ein. Ladet euch den Client runter, verbindet den Client, damit ihr auch direkt mitspielen könnt. Das wird eine coole Sache, ich freue mich schon drauf. Wir sehen uns dann jetzt gleich im Livestream. Ich werde dieses Video kurz davor eben erscheinen lassen, also 17.45 Uhr oder sowas. Bis gleich!